Und das ist wirklich eine entscheidende Stelle, um zu verstehen, dass jemand, der nicht ewiges Leben glaubt, tatsächlich unendliches Leben, das man nicht verlieren kann, dass er nicht gerettet ist. Entscheidende Stelle. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 10. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Also die Bibel sagt hier, wenn du nicht Gott glaubst, dann hast du ihn zum Lügner gemacht. Warum machst du ihn zum Lügner? Vers 10, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Also mit anderen Worten, wenn du nicht an das Zeugnis glaubst, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat, dann machst du Gott zum Lügner. Aber was ist dieses Zeugnis? Vers 11, und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Also was ist das Zeugnis, das du glauben musst? Das Zeugnis, das du glauben musst, ist ewiges Leben. Hier steht nicht temporäres Leben, hier steht nicht endliches Leben, hier steht nicht glückliches Leben, hier steht ewiges Leben. Das ist das Zeugnis, was du glauben musst. Wenn du das Zeugnis nicht glaubst, dann machst du Gott zum Lügner und weißt du was, dann glaubst du gar nicht an Gott. Denn hier steht in Vers 10, wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht. Also es gibt eigentlich nur zwei Optionen. Entweder du glaubst an Gott, mit anderen Worten, du glaubst an das Zeugnis, das er von seinem Sohn abgelegt hat, du glaubst an ewiges Leben, aber wenn du daran nicht glaubst, dann glaubst du gar nicht an Gott. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht an ewiges Leben. Dann machst du Gott zum Lügner. Ich meine, erstens bist du dann selbst ein Lügner, aber du machst Gott zum Lügner. Das ist das Schlimme daran. Du machst Gott zum Lügner. Du sagst im Grunde genommen damit, ich glaube nicht, dass Gottes Zeugnis vertrauenswürdig ist. Ich glaube nicht, dass Gottes Zeugnis vertrauenswürdig ist. Ich glaube nicht an Gott. Ja siehst du, dann glaubst du gar nicht an Gott. Weil ich meine, an Gott zu glauben bedeutet, ihm zu vertrauen. Du musst vertrauen, dass sein Versprechen gilt. Dass es stimmt, was er sagt, ewiges Leben. Dass dieses Zeugnis zuverlässig ist. Ja, ich vertraue darauf. Wenn du nicht darauf vertraust, wenn du sagst, in deinem Herzen, das ist nicht vertrauenswürdig, ich glaube nicht an ewiges Leben, ich glaube, dass ich wieder verlieren kann, dass es doch wieder ein Ende hat, dann glaubst du gar nicht an Gott. Wenn du gar nicht an Gott glaubst, ja dann bist du gar nicht gerettet. Ich meine, das ist nicht so schwer zu verstehen, oder? Dann bist du gar nicht gerettet. Und die Bibel sagt auch in Vers 9, im Vers davor, 1. Johannes Kapitel 5, Vers 9, wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer. Denn das ist das Zeugnis Gottes, das er von seinem Sohn abgelegt hat. Siehst du, es gibt einen Haufen Menschen, die nehmen das Zeugnis der Menschen an, aber sie nehmen nicht das Zeugnis Gottes an, obwohl das Zeugnis Gottes größer ist. Menschen werden dich belügen, Menschen werden dich betrügen, aber Gott wird dich nicht betrügen. Gott wird dir das ewige Leben nicht wieder wegnehmen. Er kann es dir nicht wegnehmen. Warum glauben wir ewiges Leben? Warum glauben wir einmal gerettet, immer gerettet? Bedingungslos einmal gerettet, immer gerettet. Warum glauben wir das? Weil es Gottes Geschenk ist. Er hat den Preis bezahlt am Kreuz, hat sein Blut für dich vergossen. Es gibt nichts mehr, was du zahlen kannst. Es gibt keine guten Werke mehr, die du tun kannst. Es war von vornherein ohne Werke. Es wird im Nachhinein auch nicht mehr von deinen Werken abhängen. Einmal gerettet, immer gerettet. Zweitens, weil wir Gottes Kinder sind. Weil wir ewiges Leben haben. Wir haben es, es ist abgeschlossen. Einmal gerettet, immer gerettet, weil ewiges Leben Gottes Versprechen ist. Wenn wir nicht an ewiges Leben glauben, dann glauben wir gar nicht an Gott.